Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Commander-Vlog-Video und zwar heute auf Gamescom. Ich stehe hier vor dem Haupteingang und was uns da drin erwartet, das seht ihr jetzt hier in dem Video. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Der quetscht sich in jedes Video. Nein. Nein. Geht auf meinen Kanal, der ist in der Beschreibung. Was quetscht. Echt? Hoffe ich. Hoffe ich für dich. Gut, jetzt ist er weg. Nennt. Nennt. Hallo. Den da. Hallo. So. Den da, das ist der, der FC-UHC gewonnen hat. Nennt man auch Manuel? Ja. Glaube ich. Nee, Ferdinand. Ferdinand? Ja. Nenn ich dir das einfach so. Hab ich grad festgelegt. Alles in Ferdinand. Hahahaha. Gut. Den da kennt man auch. Hallo. Ja. Manfred. Manfred. Nein, Hermann. Also Manfred Hermann. Sehr schön. Das ist schon wieder so ein produktives View. Ich hab keine Ahnung. Immer, immer wenn ich irgendwas anfange und produktiv sein will, kommen irgendwelche anderen Leute. Höh. Gut, ich lass dich ihn ruhen. Geh vloggen. Tschüss. So. Das war mein Tag auf der Gamescom. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst mal eine positive Bewertung da. Und schaut auf jeden Fall mal bei Mr. Manuel P. vorbei. Ne? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.